Langsam, aber unaufhaltsam nähert sich uns so ein Tierchen, nennt sich das Precise Pangolin, und sieht so aus. Wir nähern uns so langsam der finalen Version von Precise Pangolin. Mittlerweile hat es auch ein Symbol bekommen. Sieht auch nett aus. Es gibt auch noch weitere Bildchen als Hintergrundbilder. Ganz nett gemacht, ja, also verschiedenste Hintergrundbilder kommen auf uns zu. Finde ich ganz hübsch. Und unter anderem auch das Precise Pangolin. Jetzt interessiert es dem einen oder anderen, wie lang läuft denn eure bisherige Ubuntu-Version noch? Das wollte ich gerade kurz mal zeigen. Wenn ihr beispielsweise Ubuntu 10 sehen habt, Maverick Market, dann ist ja April Feierabend, also im Prinzip jetzt. Dann wäre es dann Zeit, abzudaten. Oder Ubuntu 11.04 ist im Oktober dieses Jahres Schluss. Also wir haben im Moment den 7. April. Am 26. April kommt Precise Pangolin raus. Und was macht Oneric Ocelot? Ubuntu 11.10 geht noch bis April nächsten Jahres. Netty Nowall Oktober 2012. 10.10.10 April ist also Feierabend. Aber die Langzeitversion Ubuntu 10.04 geht noch bis April 2013. Da könnt ihr euch noch ganz entspannt zurücklehnen. Sogar die alte Version Ubuntu 8.04 HD Herion, oder wie auch immer das ausgesprochen wird, läuft noch bis April 2013. Zumindest in der Server-Version. Ja, die Server-Versionen laufen immer länger. Und die LTS-Versionen laufen länger als die normalen LTS, heißt Long-Term Support, Langzeit-Unterstützung. Gut, das wollte ich nur kurz gezeigt haben. Wie gesagt, mittlerweile hat Ubuntu 12.04 sein Symbolbildchen bekommen. Und alles wird gut. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und tschüss.